Wie schätzen Sie denn die Gefahr durch diese neue Mutation des Coronavirus ein? Ja, das ist jetzt noch schwer zu sagen. Also solche Mutationen sind ja schon häufig aufgetreten. Jetzt scheint es aber auch einen Hinweis zu geben, dass die aktuelle Mutation auch damit verbunden ist, dass sich das Virus besser ausbreiten kann. Solche Mutationen entstehen ja von dem Virus nicht zielgerichtet, sondern immer wenn dem Virus die Möglichkeit gegeben wird, sich zu vervielfältigen, also eigentlich in jedem Rachenraum sozusagen, der infiziert ist, kann bei der Zusammensetzung der neuen Viruspartikel, können bei den Bausteinen und auch bei der Zusammensetzung Fehler auftreten und dann hat man eine Mutation und diese Mutation kann dann zufälligerweise irgendwie für das Virus besser funktionieren. Also zum Beispiel schneller eine Infektion machen, sich schneller ausbreiten, alle diese Dinge. Und wenn so etwas auftritt, dann kann dann eben eine solche neue Virusvariante sich auf Kosten der Alten dann ausbreiten. So etwas sehen wir offensichtlich im Süden Englands. So etwas war auch so ähnlich zu beobachten bei den Nerzen in Dänemark, die da dann alle gekeult wurden. Jetzt muss man eben sehen, dass man versucht, hier in der Tat noch strenger vorzugehen, also die ganzen Maßnahmen wirklich stringent umzusetzen. Das galt ja eigentlich auch schon vorher. Immer dann, wenn wir dem Virus die Möglichkeit nehmen, sich zu vervielfältigen, nehmen wir ihm auch die Möglichkeit, also solche neuen Varianten nach vorne zu bringen. Diese Mutation, die soll ja auch deutlich ansteckender sein von bis zu 70 Prozent. Ist da die Rede, warum? Naja, wenn die Oberflächenstrukturen sich leicht verändert haben, das Virus also dann möglicherweise leichter an die Körperzellen andocken kann, dann kann eben auch eine Infektion schneller erfolgen. Das heißt also, wenn das Virus einmal in den Rachen gelangt ist, dann kann es sich möglicherweise eben schneller festsetzen. Aber man muss mit solchen Aussagen eher vorsichtig sein. Es gibt natürlich noch andere Erklärungsmöglichkeiten für eine gestiegene Neuinfiziertenzahl im Süden Englands. Wir suchen ja auch nach Erklärungen, warum gerade Sachsen besonders häufig betroffen ist von der Virusausbreitung. Da gibt es viele Faktoren, also die Nähe zu Tschechien, wo die Neuinfiziertenzahl ja auch sehr groß ist. Dann aber auch das Verhalten der Bevölkerung dort im Verhältnis zu dem woanders oder was die jeweilige Landesregierung in unseren Bundesländern dann an Maßnahmen gemacht hat oder auch an Kommunikation nach außen gegeben hat, wie mit dem Virus und der Ausbreitung umzugehen. Das ist vor allem besonders interessant natürlich für alle Zuschauer, für alle Menschen in Deutschland. Ist diese Mutation auch gefährlicher? Ruft sie härtere Symptome hervor und auch tödlicher? Da haben wir bisher noch keine Daten, also keine Hinweise. Das muss man noch abwarten, denn jetzt ist das ja erst mal festgestellt worden, dass es eine solche neue Variante gibt. Jetzt muss abgewartet werden, wie sich dann die klinischen Verläufe zeigen von Patienten, die dann mit dieser neuen Variante infiziert worden sind und dann auch erkranken. Das ist etwas, was abzuwarten ist. Bisher gibt es keinen Hinweis darauf. Es ist auch eher unwahrscheinlich, dass die Impfstoffe, die ja bisher hergestellt worden sind, gegen die alte oder klassische Form von dem SARS-CoV-2 plötzlich wirkungslos werden. Ganz im Gegenteil. Also das sollte im Prinzip auch von allen Impfstoffkandidaten, die noch in der Entwicklung sind, mit abgedeckt werden. Das heißt, der Impfstoff, der ist nicht für die Katz. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht. Wie sieht das denn mit möglichen künftigen Mutationen des Coronavirus aus? Bei der Grippe, da gibt es ja jedes Jahr einen neuen Impfstoff, weil der Virus eben mutiert. Könnte das dann auch auf den Coronavirus zutreffen? Bei den Grippeviren gibt es einen anderen Mechanismus, wie sich die dann pro Jahr in der neuen Saison wieder zusammensetzen. Die bestehen in ihrem Genom aus acht Teilen, die dann neu gemischt werden jedes Jahr und eine neue Zusammensetzung von den Oberflächenmolekülen hervorrufen. So etwas beobachten wir bei dem SARS-Virus nicht. Aber trotzdem kann es natürlich vorkommen, dass neue Varianten auftreten. Und da muss man sich gut vorbereiten. Jetzt aber haben wir erst mal sehr gute Karten mit den aktuellen Impfstoffen. Das Virus, was wir jetzt hier gerade haben, in allen seinen Varianten oder Mutationen entsprechend zurückzudrängen. Die Menschen dadurch auch zu schützen, also individuell zu schützen und durch die Herdenimmunität tatsächlich die ganze Pandemie auch zu beenden. Nun hat Den Haag einen Einreisestopp für Passagiere aus Großbritannien erlassen, eben wegen dieser Mutation. Wie schätzen Sie das ein? Ist das sinnvoll? Nützen Einreiseverbote wirklich? Naja, also wir haben ja in Europa verschiedene epidemiologische Situationen. Also jetzt kommt noch das mit dieser etwas sich schneller verbreitenden Variante in England noch dazu. Es wäre hier sicher besser, dass wenn wir innerhalb der Europäischen Union gemeinschaftlich vorgingen. Das heißt, dass zum Beispiel solche Lockdown-Maßnahmen oder eben auch Reisebeschränkungen mit allem drum und dran einheitlich verabschiedet werden könnten. Dann hätte man eben ein einheitliches Vorgehen. Das Schließen von Grenzen innerhalb der Europäischen Union ist nicht zielführend. Das haben wir gesehen im Frühling. Aber eben eine Harmonisierung in den Maßnahmen gegen die Virusausbreitung, das wäre schon sinnvoll. Und dazu gibt es ja jetzt auch gerade ein Papier von mehreren Wissenschaftlern veröffentlicht, die das fordern, dass man eben das Europa einheitlich macht. Und dann sind solche Maßnahmen wie zum Beispiel, dass man Hotspots nochmal besonders isoliert, sicherlich dann auch eingebettet in ein Gesamtpaket sinnvoll. Eine abschließende Frage nochmal weg von dieser Mutation. Es gibt eine neue Studie, die werden Sie wahrscheinlich auch kennen, die besagt, dass Raucher weniger gefährdet sind, sich anzustecken mit Corona. Aber wenn sie sich dann anstecken, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, schwerer zu erkranken. Was ist da dran? Na, also erstmal sind es ja bei diesen ganzen Veröffentlichungen immer erstmal Korrelationen, die man feststellt. Die Kausalzusammenhänge sind dann ja erstmal spekulativ, beziehungsweise die muss man dann in weiteren Untersuchungen versuchen herauszufinden. Hier kann man natürlich auch spekulieren, also einmal, dass das Virus sich vielleicht schlechter festsetzen kann in den Rachenräumen von Rauchern, aus welchen lokalen Gründen da vor Ort auch immer. Aber sicherlich ist die Gefährdung der Lunge also etwas größer bei Rauchern, weil eben die Abwehrkräfte lokal im Lungengewebe bei Rauchern generell herabgesetzt ist. Es gibt ja auch den klassischen Raucherhusten, der dadurch zustande kommt, dass eben die Selbstreinigungskräfte in einer Raucherlunge sehr stark herabgesetzt sind. Das heißt, Erreger können leichter in die Lunge vordringen. So eben auch nicht nur Bakterien, sondern auch Viren, auch das Coronavirus. Und dann ist es wahrscheinlicher, dass wenn das Virus einmal in die Lunge vorgedrungen ist vom Rachenraum, dass es dann eben auch Krankheitsverläufe gibt, möglicherweise eben auch schwerere, wenn es dann noch weiter andere Organsysteme betrifft. Herr Professor Ullrichs, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Adventssonntag. Ihnen auch. Alles Gute.